hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge diesmal wirklich mit battlefield 4 um genau zu sein habe den typen davon nicht gekriegt ach komm man poppelzack das ist ein guter namen auf jeden fall eine runde battlefield wieder mal weil ich immer noch zeigen will ich spiele auch battlefield genauso wie von auf duty und habe nichts dagegen ach komm als ob er wusste dass ich da komme na komm regenerier dich man was ist gerade ein feldschirm aufgegangen oh oh he need ammo ok hier geht es wenn ich sage ich kenne mich hier noch nicht aus ich habe die alle gespielt aber ab und zu zügig ein ich möchte diese tür zu haben krass würde ich jetzt die panisch aus das sieht jeder dass er eigentlich vielleicht ließ er mir vielleicht ließ er dem keine ahnung ich sage nicht dass er hackt aber keine ahnung wie man hier befehle gibt ok ich weiß nicht wie man aus dem haus kommt letzter ist mein squad ok kann ich mit leben mit dem revolver ja 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 und ich höre irgendwelchen quatschen ja 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 da oben ist der wixer ja ich habe wixer gesagt alter ich hätte aber auch lust selber zu spüren kommt ich bin ein kleiner gut Okay, das ist Granate. Okay, ich hatte noch eine Kamera hoch, keine Ahnung. Oh Mann, wieso krieg ich den jetzt nicht? Der ist ja weg, ey. Toll. Wurde von dem Typen wieder erschossen. Das gibt's ja überhaupt nicht. Ich hab ihn grad gesehen, verdammt. Kann sein, dass das Gewehr hat eine Schade aus, glaub ich. Ich weiß nicht. Keine Schade aus, das Erschloch. Oh Gott, komm schon. Man hört die ganze Zeit, wie die... Verdammt, ein Pender im Hintergrund. Hä? Aber der erwischt mich voller Könner und ich erwisch ihn nicht? Ich zähle erst mal in der Gegend herum. Hä? Okay, ich bin das für zu blöd. Muss ich zugeben, ich bin das für zu blöd. Oh Mann. Gehe ich mal wieder da rauf. Guck mal, ob ich das Ding mal noch ausfüllen habe. Nö. Pff. Äh, will aber was anderes haben. Möchte man Defibrillat wieder haben. Oh Mann. Wow. Wow. Ach komm, gerade weil ich rübergeguckt bin oder was? Mir wird doch langsam warm hier. Ach komm, das gibt's doch jetzt nicht. Ich hab drei Elf, Alter. Pinkvolle Elf, ey. Na, geht doch. Das gibt's doch jetzt nicht. Er hat den vier verfickten Fehl-Leben. Jawoll. Ja. Ja. Ich bin der Mann, der ist hier! Ich bin der Mann, der ist her! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Scheiße! Wir verlieren, Leute! Kommt schon, reißt euch am Riemen! Okay, das ist aber schon mal ein guter Schuss. Oh Gott, kann ich den Typ endlich mal leiser stellen? Oh, und da wollen wir auch bleiben! Alter, war das so süß! Ah, die sind wieder alle unterwegs durch das Haus. Puh, weiß nicht Bescheid. Oh Gott, die sind hier! Das sehe ich hier keinen, oder was? Ja, geht doch. Ich bin jetzt hier. Ich bin dann von der Fall. Mein Rund ist hier. Mein Kielmann ist hier. Ich bin jetzt hier. Wenn ich ihn habe, zurück mir geht. Ich bin prêt, die Master hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin die Sprecher. Ja, ich bin jetzt hier. hier mal diese scheiß c4 echt da kann ich mich tagelang aufbringen als c4 mit claymore alter das hat er mir gemacht ach komm um und 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 Ich bin hier. Ah, von rechts. Gott, kann der mal sein verficktes Mikro ausmachen? Der macht mein ganzes Spiel kaputt, genau. Schau wieder, ich hab sie gerade gesehen. Ey, bin ich blöd? Ich habe keinen Zahn. Ich habe keinen Zahn. Ich habe einen Zahn. Ich habe einen Zahn. Ihr Zahn liegt. Ich bin der Zahn. Scheiße, das ist die Wärme hier aber. Ich hole es im Auge. Oh, erst mal. Ich hole es im Auge. 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 Ich hole es im Auge.